Du musst diesmal zum Flughafen fahren. Die Kolumbianer haben einen Begleitwagen auf einem gesicherten Parkplatz stehen. Vorne ist das Teil bestimmt stark gesichert, da werden Typen mit Knarren rummarschieren. Du schleichst dich da rein, klaust den Wagen und fährst damit zu Phoenix Autos, wo Bischops Kumpel der Karrene Zusatzausstattung verpasst. Eine, die es in sich hat. Dann parkst du das Teil wieder am Flughafen. Pronto? Ohne die leiseste Schramme. Wenn auch nur einer was merkt, war das Ganze für'n Arsch. Ich muss mal meinen Bauch füttern. Ich muss mal meinen Bauch füttern. Ich muss mal meinen Bauch füttern. Dieser Wagen hat eine Erlaubnis. Schön gemütlich durch die Schranken. Der Wagen hat eine Erlaubnis. Der Wagen hat eine Erlaubnis. Der Wagen hat eine Erlaubnis. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Fahr einfach durch, Kumpel. So'n Job machen wir doch mit Links. Untertitelung. BR 2018 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 Hier ist mein Plan für die Entführung. Martinez, der Kolumbianer, lebt hier in Jersey und dealt, was das Zeug hält. Er erwartet eine Flugzeugladung mit Koks und irgendwann in den nächsten zwei Tagen steigt er in seine Limo und fährt zum Flughafen. Hier. Aber da wird er nicht ankommen, dafür werden wir schon sorgen. Martinez fährt immer im Konvoi und mit seinen Gorillas im Schlepptau. TK wird den Konvoi für uns verfolgen und helfen, ihn zu zerlegen. Er zündet die Bomben, die er an einem der Begleitwagen und an der Plakatwart angebracht hat. Zwei weitere Explosionen auf den Gleisen der L-Bahn, hier und beim Treibstofftank, hier, werden den Konvoi umleiten, hierher. Wir positionieren LKWs an beiden Seiten, hier und hier. Und fertig ist unser hübsches Schlachtfeld. Und von den Dächern macht ihr denen dann die Hölle heiß. Ich heuer noch ein paar Helfer an, dann haben wir die nötige Feuerkraft. TK, du holst die Limousine da raus und bringst Martinez zu dieser Lagerhalle. Eine Sache noch, ein neues Gerät. Für Sondereinheiten, neueste Technologie, Leute. Jedes Teil wiegt unter 5 Kilo. Damit bin ich immer in eurer Nähe, sitze quasi direkt bei euch auf eurem Schoß. Ihr müsst nur einschalten und schön aufpassen. Ich sag euch, was ihr tun müsst, wenn es soweit ist. Und wir können damit die Kolumbianer abhören. Also Kleiner, sobald ich dich über dieses Funkgerät rufe, lässt du alles stehen und liegen, bewegst deinen Arsch nach Jersey und hängst dich an diesen Kanacken. Und wir können damit die Kolumbianer abhören.